Ja, man, Knochen! Noch mehr Knochen! Das erste Mal, dass diese Knochensteine für mich was Gutes gemacht haben. So, jetzt habe ich nämlich zwei Hundis. Also bald. Zack, 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 zack. Bitte! Nein! Fick dich, du scheiß Hund. Du musstest mir alles versauen Es brauchst mehr Knochen Und überall Hunde Was bist du denn? Sterbeend Was ist denn hier unten drin? Achso Bark Krass, ich habe Bark gefunden Was ist denn? Black Lichen Black Lichen Black Nee, keine Ahnung So Oh, ich dachte gerade, du wirst ein Skelett Verdammt, habe mich schon gefreut, dass ich dann einen Hund zu haben könnte Aber nein, du bist der nächste Hund, den ich schon nicht mitnehmen kann Was ist denn? Irgendwie so habe ich keinen Knochen Nee, ich will Knochen haben So Geh zurück Da war doch eben ein Skelett irgendwo mal Ist es eigentlich Nacht oder Tag? Keine Ahnung Da sind noch Diamanten Ein scharfes Auge hat hier Diamanten erkannt So Ähm So Ja Noch mehr Diamanten Eisen Hier liegt noch Eisen Okay Das ist noch Redstone Ah krass Jetzt gilt das Sprung schon wieder von mir Achtung, das gilt Sprung Und hier ist noch mehr Eisen Aber ich will in so eine Höhle rein Oder Das wird eine Höhle sein Und nicht nur, dass das nur zu dunkel ist Das ist einfach nur zu dunkel Krass Das ist der Sumpf, der zwischen Mordor und diesen Helzbergen liegt aus Herr der Ringe Sollt ihr hoffentlich alle kennen Ich glaube ich brauche langsam nochmal ein bisschen Hier Essen Moment mal Ihr seid direkt wieder gelöscht worden Bitte Ja, ihr habt mein Steak da gelassen Ihr seid Götter Naja Mehr oder weniger sind Kühe Götter Zumindest nicht in meiner Religion So Hier alles Eisen noch mitnehmen Und hoch geht's Ähm Hier sind noch Schafe Aber ich will eigentlich gar keine Schafe Ich hab nicht meine Schere wieder mal mit Klar Vergesst sowas immer Fell ist Porn des Todes So Ähm In welche Richtung muss ich denn jetzt eigentlich In die, um zurück zu kommen So Wahrscheinlich sind hier so viele Diamanten noch auf der Seite Aber das hier finde ich gerade viel toller als Diamanten Kein Knochen Ehrlich Sondern nur Pfeile Guck mal, ob mich doch alle verarschen Ich will die Knochen haben Hey, kann man das Eisen Ist hier eine Höhle mit Skelett drin? Nein Diese Höhle ist kein Skelett Wer hätte es gedacht So Ich fände es mal interessant Also mit X-Ray hier zu gucken Unter welchen Schneeblöcken hier überall Diamanten liegen Weil es ein bisschen tierisch viele Blöcke Die Diamanten sind Da oben sind auch noch ein paar Äh, die halt nur mit Schnee bedeckt sind und man nicht sieht Also ich wollte damit nicht cheaten So So einfach nur zu wissen Wie viele Diamanten hier irgendwo drunter liegen Die wir so einfach mal locker übersehen Weil es sind bestimmt einige, oder? Also kann ich mir gut vorstellen Guck mal, es sind sogar noch Diamanten Und da oben auch noch Coole Sache Zack So Dann baue ich mich hier Baue ich mir so eine Treppe rein Ah, ist mal schlecht hier mit der Treppe Ich meine, gibt es nicht eine bessere Idee Gibt es Guck mal kurz was futtern So Dann nehmen wir uns das wieder Und Hoch geht's Ah, krass Ich krieg's nicht hin So Hier Jetzt bin ich da So Dia, 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 dia Redstone Redstone Oh Wow Wow Kriegst du da durch keinen Fall Schaden eigentlich? Ne, ich glaube nicht What the damn So Dann sieht man hier gerade sehr wenig Die sind ja eh direkt tot Da hätten die die XP Danke Oh, ich bin schon wieder bei 25 Ich will jetzt einfach nur ein paar Level bekommen Ah, guckt euch das mal an So Knochen, Knochen, Knochen Wuhu, Leute Knochen Hätte ich nie gedacht, dass ich mich jemals so über Knochen freue Aber ich habe jetzt zwei Mit ein bisschen Glück bekomme ich da beide Hunde Ne, aber dann muss ich in die Richtung wieder Guck mal, da ist ein Skelett Krass So, jetzt Oh, das hat auch noch zwei Knochen dabei Jetzt habe ich vier Hätte echt niemals so gedacht, dass ich mich über Knochen freue Aber ich tue es Beziehungsweise über dieses Knochen herz Das ist echt Hammer Schoko, wo ist das? Das sind alle gelbe, ne? Es gibt ja auch noch alle möglichen Farben Ich habe keine Ahnung, wie mehr an euch kommt Ich glaube nicht mit Farbstoff Ja, hier, ich sehe ihn Ich sehe einen Hund Bist du der Hund von eben? Hallo, du Ja, ich habe einen Hund Guck mal, du Hund Stell dich mal hin Verdammt, wie mache ich das jetzt? Ah, genau so Du sollst laufen Bis trotzdem ist es mein Hund, ne? Und der andere Hier waren zwei Hunde Hundertprozentig Hier waren hundertprozentig zwei Hunde Da ist der eine Krass, man Wo ist der andere Hund? 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 Ähm Na, hier, 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 hier Hier waren zwei Hunde Hundertprozentig Da unten ist noch einer Hier Hunde und das bist nicht du, der mir eh schon gehört Komm schon, den musst du annehmen Nein Du wolltest Du wolltest Du wolltest Da hättest du nichts gehört Moment Du magst mir einen Hund getroffen zu haben Ja Zack Komm schon Ich bin deine Knochen Drei Stück Also die musst du jetzt annehmen Komm Hund Also wie viele Knochen willst du noch? Du bist so ein gieriger Hund Ehrlich mal, ich verfülle dich hier voll mit den Knochen 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 Hier Knochen Danke Auf geht's in die Schlacht Krass, Alter Wie viele Skeletzen und Zombies hier sind Du musst auf, hast einen Hund Du setz dich hin Das ist viel zu gefährlich für meinen Hund Das ist ein Hund Alter, hast du gerade meinen Hund getroffen? Wie viel Leben hat der? Noch 19 von 20 Passt ja noch Wie, ich habe nur drei Knochen jetzt bekommen So Mal gespannt Ah, da waren eh nicht getroffen Ah, doch Eine war getroffen Okay Hier sind's nur noch XP Okay Hier geht's dann wieder zum Dschungel Sollten wir vielleicht mal Dschungel mitbringen Das kann ich immer noch holen, wenn ich was damit machen möchte Ich habe jetzt erstmal fünf Knochen und wenn diese fünf Knochen der Hund jetzt nicht annimmt, dann weiß ich auch nicht mehr Ich meine, ich bin schon so übertrieben generell nicht zu dem Mein Teil ist Lava, ne? Ist auch ganz zufällig irgendwie Obsidian Ich wollte ja meinen Spitzhacker testen Und bei sowas sollte sie auch nicht schneller sein Doch, die ist relativ schnell bei sowas Oder? Naja, ich glaube doch nicht, ich muss zurück So, ähm, da hinten ist der andere So, ich habe fünf Knochen für dich Fünf Kack Knochen Endlich Der erste hat schon funktioniert So, ich habe jetzt zwei Hunde, beide laufen, beide lieben mich So Zwei Hunde, die kann ich parken Das ist schön Ich kümmer die Papen mal auf mit Knochen, ne? Das machen wir aber dann zu Hause Du sollst, ihr sollt nicht angreifen, ihr Hunde Ihr seid Haustiere, keine Kämpfer Zumindest hätte ich gerne als Haustiere, nicht als Kämpfer So Ich muss euch alles hier vom Leib halten, ihr greift nämlich eh alles an Egal ob ihr es solltet oder nicht So Level alle mitnehmen Diamanten auch So Hier sind auch noch Diamanten Guck, das meine ich hier Diamanten, die einfach bedeckt sind So So Knochen habe ich vier und Knochen habe ich hinten auch noch genug Also zu Hause Seid ihr unten hinter mir? Schön So Wir müssen hier drüber In die Richtung Da kommt er Okay, einer von euch ist über Weston gelaufen Nein, Hund Lass das Lass den Schilchse Lass die Scheiße Ich habe auch immer Angst an meinen Hund zu treffen, wenn ich den Gegner zu fülle, wenn ich den Gegner angreife Oh nein, ich bin irgendwie genau da drüber Genau Genau, hier unten ist das Guck mal Oho Ich rede glaube ich eh kein Fallschaden, weil ihr euch TP'n könnt So So Hier sollte eh kein Zombie sein Wenn doch Dann bin ich sauer Ne, sieht nicht so aus Okay Ach so Ach so Ich dachte gerade Hallo Spurs Mit High Speed durch die Nacht So Ich beende jetzt mal auch die Aufnahme Und laufe den Rest kurz noch rüber Und sage dann Bis zum nächsten Mal Haben jetzt wieder mal Spaß gemacht mit euch heute Ich kann ja wie gesagt nichts anderes sagen Ich würde niemals sagen, dass es keinen Spaß gemacht hat Also bis zum nächsten Mal und tschüss Bis zum nächsten Mal